Politkrimi in Kiew In der ukrainischen Hauptstadt hat die Polizei Mikhail Saakashvili festgenommen. Mikhail Saakashvili war lange Präsident von Georgien, inzwischen ist er Oppositionspolitiker in der Ukraine. Am Dienstag sollte er festgenommen werden, aber das verhinderten seine Anhänger. Hunderte ukrainische Demonstranten haben mit einer spektakulären Aktion die Festnahme des ehemaligen georgischen Präsidenten und jetzigen Kiew-Oppositionellen Mikhail Saakashvili vorerst verhindert. Ursprünglich wollten die Ermittler den 49-Jährigen am Dienstag wegen Unterstützung krimineller Kreise festsetzen. Auf dem Weg zum Untersuchungsgefängnis wurde der gefangenen Transporter jedoch stundenlang blockiert und attackiert. Am Morgen hatten die Einsatzkräfte das Wohnhaus des Politikers, das sich im Stadtzentrum von Kiew befindet, gestürmt. Während der Hausdurchsuchung flüchtete Saakashvili jedoch auf das Dach. Dort drohte er nach Medienberichten damit, sich umzubringen. Ein Dutzend Sicherheitskräfte zerrten Saakashvili vom Dach und brachten ihn zu einem gefangenen Bus. Vor dem Haus hatten sich bereits hunderte Anhänger und Parlamentsabgeordnete versammelt. Nur wenige Minuten später wurde der Transport blockiert. Die Protestierenden durchstachen die Reifen des Buses und schlugen die Frontscheibe ein. Zusätzlich rissen sie das Kopfsteinpflaster auf und bauten Barrikaden. Mehrere Dutzend Demonstranten schlugen Seitenfenster des Fahrzeugs ein und brachen eine Tür des kleinen Buses auf. Die Spezialkräfte des Geheimdienstes Spu setzten Reizgas ein, was die Menge jedoch nicht aufhielt. Nach drei Stunden wurde der umstrittene Politiker schließlich aus dem Fahrzeug befreit. Nach Behördenangaben wurden bei der Aktion vier Menschen leicht verletzt. Nach der Festnahme Saakashvili's blockierten hunderte seine Anhänger den gefangenen Transporter. Quelle, Darasovolodimür-Deutsche-Presseagentur Nach der Befreiung führte Saakashvili den Protestmarsch Richtung Parlament an. Örtlichen Medien zufolge rief er den Demonstranten zu, ich rufe dazu auf, auf die Straßen und die Plätze zu gehen und den Prozess der Befreiung von, Präsident Petro, Poroschenko und seiner Bande zu beginnen. An einer Hand hatte der provestliche Politiker noch eine Handschelle hängen. Wegen seiner Kritik an Staatschef Poroschenko dominiert Saakashvili seit Wochen die ukrainischen Schlagzeilen. Zuletzt hatte er immer wieder zu Protesten aufgerufen, um dessen Amtsenthebung zu erreichen. Seit Oktober haren hunderte in einem Zeltlager vor dem Parlament aus, am vergangenen Wochenende folgten bis zu 5000 Menschen einem Protestaufruf Saakashvili's. Den Anhängern Saakashvili's gelang schließlich die Befreiung des Oppositionellen. Quelle, Ebni Maloletka-Deutsche-Presseagentur Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass die Demonstrationen mithilfe von Politikern finanziert werden, die im Zuge des Regierungsstürzes 2014 nach Moskau geflohen waren. Aus Sicht der Ukraine unterstützt Saakashvili damit Kriminelle. Ihm drohen in der Ukraine bis zu fünf Jahre Gefängnis. Saakashvili, dem Poroschenko persönlich vor zwei Jahren die ukrainische Staatsbürgerschaft überreicht und nach einem Streit wieder entzogen hatte, wies die Anschuldigungen vehement zurück. Mir ist egal, was da, Generalstaatsanwalt Dury, Lutsenko gesagt hat. Das sind verlogene Missgeburten. Das ist ein absoluter Fick, sagte er. Lutsenko rechtfertigte den Verdacht mit angeblich abgehörten Telefonaten, die Kontakte zu den in Russland lebenden Politikern bestätigten sollen. Eigentlich wollte die Behörde Saakashvili bis zu einem Prozessbeginn unter Hausarrest stellen lassen. Zurzeit ist Saakashvili startenlos. Im September war er in einer spektakulären Aktion mithilfe von Anhängern in die Ukraine zurückgekehrt. 2015 hatte er bereits die Staatsangehörigkeit seines Heimatlandes verloren, nachdem er für die Arbeit als Gouverneur in Odessa den ukrainischen Pass angenommen hatte. Ihm droht die Abschiebung nach Tiflis. Georgien hat wegen Ermittlungen zu Korruption und Amtsmissbrauch um seine Auslieferung gebeten. Ermittlungen zu Korruption und Amtsmissbrauch um seine Auslieferung.